Hallo, ich bin Daniela von Keine Schwester und professionelle Stylistin. Ich präsentiere euch hier heute unser neues Format Styling-Tipps Deine Tasche Dein Look. Hier zeige ich euch, wie ihr mit euren Lieblingstaschen verschiedene Looks für den Alltag kreieren könnt, was die Tasche eigentlich braucht, um nützlich für euch zu sein und folgt uns gerne für mehr Styling-Inspiration und entdeckt mit uns gemeinsam, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten deiner Lieblingstasche sind. Gerade für den Joballtag ist es nötig, dass ihr eine schicke, aber eben auch praktische Tasche dabei habt. Also fürs Büro eignet sich besonders gut unsere Maxi-Sontje und ich erkläre euch auch gleich warum. Die Maxi-Sontje gibt es eben auch in einer Nummer kleiner und sie ist angelehnt an die Matje, eine unserer Bestseller-Modelle, hat aber eben diese extra Features, die sie wirklich genau richtig machen für den Joballtag. Wichtig ist ja, dass ihr viel Stauraum habt und das ist auf jeden Fall hier gegeben. Das seht ihr vielleicht, wir haben ein ganz weiches, schönes Innenfutter in der Maxi-Sontje und innen ein gepolstertes Fach für deinen Laptop. Hier passt ein 13 Zoll Laptop ganz super rein, oder eben ein Tablet, wenn ihr es sogar kleiner braucht. Größer dürfte es aber eben nicht sein. Dann wäre es vielleicht eher die Lehne, aber die Maxi-Sontje eignet sich eigentlich für die meisten besonders gut. Dann haben wir eben diesen sicheren Raum hier innen mit dem wattierten Trenner, der sich über ein, zwei, ne gar nicht über einen Einwege-Reißverschluss, aber schön um die Kurve verschließen lässt, so dass man auch, bevor man alles herankommt, die Tasche weit öffnen kann. Wir haben dann zwei offene Fächer. Die eine Seite hat noch eine Reißverschluss-Innentasche und ein Schlüsselband und auf dieser Seite haben wir ein Einsteckfach. Und damit es eben doch einfach gut zusammenhält und ein bisschen geschützt ist, haben wir ein Flap, das sich über einen magnetischen Druckknopf im Inneren schließen lässt. Die langen Henkel sind bewusst so ausgewählt, damit ihr die Tasche ganz easy eben über die Schulter tragen könnt und so das Gewicht irgendwie gut aushaltet. Dunkelblau finde ich natürlich für den Job eine super Farbe. Ich trage auch selber gerne Dunkelblau, das ist natürlich auch was Nordisches, Manitimes. Es gibt die Maxi-Sontje aber auch in Knallfarben wie Royal Blau, das seht ihr hier einmal hinten, oder auch in Pink. Taube, Karamell und Schwarz sind weitere Standardfarben, die es gibt. Natürlich hat die Maxi-Sontje auch eine Möglichkeit für einen Cross-Bodygurt, der ist auch dabei. Und so lässt sie sich eben gut, ach hier ist er versteckt, genau, ich dachte gerade. Hier ist er eben gut versteckt. Äh Quatsch, hier haben wir die Ösen für die Karabinerhaken, damit ihr eure Tasche, wenn es eben sein muss, auch Cross-Body tragen könnt. In dem Fall klappen sich die Henkel auch nach unten, also stehen euch nicht im Weg. Und ja, Tasche lässt sich super so tragen. Sie passt zu klassischen Looks, zu Casual-Looks und eben auch, wenn ihr nach dem Büro nochmal schnell was besorgen wollt. Beim Einkaufen, beim Shoppen ist Platz das A und O. Das braucht ihr wirklich. Und da seid ihr mit unserer Klara gut beraten, weil sie gleichzeitig auch ein modisches Statement setzt. Die Webart, die hohe, kastige Form und die kurzen, komfortablen Griffe machen sie zu einem richtigen Statement-Piece, zu einem Modeartikel, der auf jeden Fall ein Hingucker ist. Natürlich hier in Rot ganz besonders. Die Klara ist wirklich nicht dafür gedacht, sie Cross-Body zu tragen oder über die Schulter zu werfen. Das ist einfach nicht möglich. Wir tragen die Klara in der Hand, am langen Arm. So sieht es eigentlich am lässigsten aus oder eben mit einem eleganten Outfit auch schick. Und ja, sie bietet euch einfach sehr viel Stauraum. Wir haben einen ganz großen, übersichtlichen Innenraum, der mit einem Reißverschlussfach für die wichtigsten Werksachen ausgestattet ist. Wir haben unser Schlüsselband. So finden wir den Schlüssel entweder schnell oder haben ihn auch nochmal sicher am Karabinerhaken. Und hier ein kleines Flap, das sich mit Magnetschließe sucht und findet für etwas mehr Sicherheit. Gleichzeitig funktioniert die Klara auch für Reisen, zum Beispiel für unterwegs, zu denen ihr viel mitnehmen müsst, aber eben nicht die Sicherheit braucht, dass sie oben zu verschließen ist, damit sie nicht auskippt. Die Klara hat Metallfüße, damit ihr sie auch einmal abstellen könnt, wenn ihr unterwegs seid und ihr eben in sicherem, geschützten Raum unterwegs seid, dass ihr sie auch einmal kurz abstellen könnt. Sie fällt nicht um. Sie ist ganz formstabil und einfach eine richtig schöne Tasche. Wie ihr seht, sind die Möglichkeiten endlos. Beim nächsten Mal zeige ich euch verschiedene Modelle im Vergleich, die sich perfekt eignen zum Dinner, zum besonderen Abend, für Abendveranstaltungen. Und auch da haben wir eine größere Auswahl. Also freut euch auf noch mehr Vielfalt und Styling-Inspiration. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!